Herzlich Willkommen zurück zu Zombie Army Trilogy mit den lieben, äh, wie, Darkplace. Schön, dass du meinen Namen schon vergisst. Nee. Gesser. Ich vergesse deinen Namen nicht. Hast du schon alles aufgetan? Ja, alles außer Stolpermin hab ich nicht gefunden. Oh yeah. Oh. Zombie. Oh, Moment mal, da kommt ein Zombie. Oh. Aber ja, diese Zombies hier, die sind gefährlich, weil die können auch manchmal Items in der Hand halten. Ja. Manche davon, ich sehe jetzt, nee, das sag ich jetzt noch nicht, das erzähle ich ja später. Ah, okay. Ah, guck mal, hier ist G-Level. Also, ja, die kenn ich auch noch und ich kenn noch einen mit Maschinengewehr. Das, ja, das ist der. Oh, da fällt mir ein, ich hab die Schrotflinte gar nicht mehr. Scheiße. Die hab ich aus Versehen irgendwo ausgetauscht. Du bist ja auch nicht gemeldet. Ich hab die MP40, das ist nicht mal ne gute Waffe. Ich weiß. Was machst du denn? Okay. Ähm, dann müssen wir irgendwo nochmal nen Safe-Room finden. Nein, du kannst ja auch ne Flinte hier finden. Hier ist auch einer. Komm her. Ja. Die MP40, das ist ja ne tolle Waffe. Okay. Wenigstens etwas an Muni. Oh ne, nicht die Skelette. Oh, ein Bullet Cam! Also gibt's das hier doch, ist nur schwieriger, oder? Ja, ich hatte grad ne Bullet Cam, ja. Hast du sie nicht gesehen? Ne. Aber die werden wahrscheinlich schneller sein, als die normalen, wenn du du kennst. Normal ist ja dann immer so Zeitflinte. Ja. Und zwar wahrscheinlich keine. Ach du Scheiße. Oh, ich bin schon, ich bin, ich liege. Ja, ich kann, warte, 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 warte. Alles gut. Kann ich hier noch. Die war scheiße geworden. Ich hab jetzt irgendwie die falsche Hoffnung, um hat er sich rechte Augenblatt. Ich verblute in 30 Sekunden, 35 Sekunden. Nein! Jetzt hab ich auch ne Granate geboren. Ach, alles gut. Danke fürs Retten. Bitte sehr. Aber hier sind noch mehr Stielgranaten. Ich habe drei Stielgranaten. Und ich mache den hier. Wir sind noch mehr von dir. Tschüss. Alter, ich liege schon wieder. Was ist denn das? Die Bände sind aber, du kannst halt nur, äh, ins Herz treten. Ja. Also, die sterben sind. Alter. Du bist schon wieder tot, also so. Habe ich gesagt, ja. Habe ich bereits gesagt. Oh, kack. Ich weiß, weiß. Ich kann mich nicht mal mehr bewegen. Ich bin tot, hauptsache ich hab meine Köppe im Mund. Mehr will ich gar nicht. Oh, Mann, ey. Ich habe... Also, ich muss jetzt alleine gegen diese 5000 Zombies ancampen, weil du... Nein, nein. Nein, nein. Ich, äh, lebe gleich wieder in, äh, 25 Sekunden wahrscheinlich bin ich tot. Sehe es. 20. Siehst du auch den Timer? Nein! Ich bin tot. Ja, ich auch. Ach so. Ach so, Spiel endet in... Kontrollpunkt durchstraßen. Okay, mach mal. Ja. Ich hoffe, ist der Kontrollpunkt noch drin oder draußen? Ah, gut. Jetzt kann ich mir wenigstens... Ach, hier habe ich die Flinte sogar noch. Irgendwo muss ich sie dann ausgetauscht haben. Oh, du schaffst mir die Tür, weil ich habe noch voll Munition, du hoffentlich auch. Ja, äh... Lass mich erstmal hier... Lass mich erstmal alles aussammeln, was geht. Ey, warte mal. Eila könnte doch eigentlich die ganze Zeit drinnen bleiben. Und wenn dann zu viele Zombies kommen, dann hört man einfach da rein. Aber die können doch dann auch hier rein. Ja und? Hier haben wir zumindest unendlich Munition. Stimmt, hast recht. Oh. Dann bleibe ich drinnen. Wahrscheinlich... Geh mal, ich will gucken, ob die Tüte dann auch zugeht. Vielleicht bin ich dann hier drin. Nein, ich bin schon nicht so weit weg. Aber wahrscheinlich geht es erst los, wenn ich auch da bin, oder? Ja. Aber war eine gute Idee. Ja, Tür muss zu dir. Okay, dann nehme ich jetzt die Schrotflinte. Die habe ich ja jetzt wieder so. Stellung halten! Ja, aber die richtige Stellung, die du magst. Der ist ein Drecksschwein. Ey, so war das gar nicht gemeint. Du hast daran gedacht. Bullet Cam! Bullet Cam! Bullet Cam! Bullet Cam! Ich habe die ganze Zeit Bullet Cams. Finde ich cool. Aber bei den Skeletten sieht es gut aus. Und bei den Zombies. Ich komme von hinten. Ich komme von hinten. Okay. Hier. Bullet Cam! Ich helfe euch. Warte um, es kommt, es sind zu viele. Leicht zurückziehen. Zurück, 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 zurück. Oh, das war gut. Ich lege mich dieser ganz von vor. Gott! So. Hier. Oh, beiseiten. Okay, ich... Ich kümmere mich um diese Seite hier. Wenn sie durchbrechen, sag Bescheid. Ja. Oh, ich muss heute mal nach hinten gucken. Nein, da ist nichts. Ja, du solltest dich doch um diese Seite kümmern. Ich kümmere mich um die Seite. Aber sie brechen durch, sie brechen durch, sie brechen durch. Ja, ich sehe es. Oh, ich, ich liege... Du bist doch schon wieder tot. Ne, ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Dann schieße auf irgend so ein Fass oder so. Mach irgendwas. Alle Fässer sind weg. Weil du irgendjemand die ganze Zeit auf die geschossen hast. Ich nicht. War dann wahrscheinlich der Zombie hier. Oder das war ich. Ja, das warst wahrscheinlich du. Du hast ja noch Granate. Äh, ja stimmt, du hast recht. Achtung, hinter dir. Ich mach den schon. Stimmt, du hast recht. Ich hab noch eine Granate. Ey, schieß nicht auf den, wo die Granate steht. Du... Oh, okay. Wurden trotzdem welche erwischt. War ein Selbstmord. Oh, den hab ich doch gekippt, bevor ihr gespawnt ist. Oh, das hast du gut gemacht. Ah, egal. Die sind überall selbst Mörder. Du machst das schon. Ja, wieder mit mir alles in die Schlussschule. Ich will mir die Arme machen lassen, Mörder. Und ich bin gleich wieder tot. Ich bin gleich... Die kommen nämlich gerade alle von hinten. Ach du Scheiße. Ich hab doch gesagt... Du hast ja nicht früher eigentlich. Ich sagte das doch. Entschuldigung. Tut mir irgendwie gerade voll leid. Ich liege, ich liege, aber ich hab noch eine Mine platziert. Aber ich hab... Ich hab noch eine... Ich hab noch eine Mine legen können. Dann hat er aber auf die Zeit noch mal einen Platz gelegt. Vorsicht. Hinter dir. Oh, ich hab... Ja. Halt zu so lange Deckung. Ja. Wo? Äh. Der Wolf war hin. Alter. Ich liege schon wieder fast. Hab ihn noch bekommen. Aber, äh... Außerdem macht es. Aber noch liege ich nicht. Immer schön looten. Ziel erreicht, Gott sei Dank. Looten. Muss looten. Ach du, das ist eine M440. Du sollst doch nicht aussagen. Ja. Also, äh... Ich... Wir sollten jetzt zum Dorfplatz. Das ist unsere Aufgabe, Willi. Ja, das stand da. Dass wir zum Dorfplatz gehen sollen. Ja, wirklich zum Dorfplatz. Warte mal, ich hab noch eine Zombie-Bullet-Camp. Ich hab noch ein bisschen mehr Lager hier noch mal, ja. Und wir müssen erst mal auf dieses Feld da gehen, ja. Ach du bist ja schon da vorne. Ja. Komm wahrscheinlich erst mal raus. Ja. Jetzt kommen sie. Wie viele? Oh, ich bin in die... Ich bin in das Falsche... Ich bin in das Falsche zurückgelaufen. Ich liege, du hast auf das Fass geschossen. Ich hab auch gar nichts geschossen. Oh, dann war das irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall ist das Platz, wo ich stand, explodiert. Ja, toll, da ist die Lide. Oh, nee. Der kommt jetzt schon, oder was? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass er hier schon kam. Ja, wahrscheinlich in dem Fließplatzplatz. Ja, stimmt. Dann kümmere dich mal, ich sterbe jetzt. Du schaffst es. Ja, ich würde jetzt auch sterben. Der Lide macht viel zu viel Schaden. Du kriegst den hin. Ich glaube an dich. Aber ich nicht an mich. Ja, würde ich auch nicht. Was? Ich hab nur noch... Sehr motivierende Worte. Du... Du schaffst es. Dark Place, ich bin in drei Sekunden tot. 2 und 1 und 0, ich bin tot. Ja, es tut mir leid. Alles gut. Ich müsste dich jetzt verrecken lassen. Alles gut, du schaffst es. Ach, du scheiße, der Lide steht direkt neben mir. Granate! Vor allem die Lide kannst du nur mit Headshots klingen. Ja. Hast du einen Defibrillator zufällig bei dir? Nein. Schade. Ich schütze mich. Schade, hätte ja sein können. So, durch Zufall holst du die, ziehst du dir aus den Arsch. Ja, ich hab doch einen dabei. Hätte ja sein können. Wenn es die hier geben würde, würde ich dich wieder bündeln. Ich glaube, es ist Zeit, ein bisschen Werbung zu machen. Folgt mir doch auf Instagram. Ja, ich hab ihn bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr auch den Kanal abonnieren. Das kostet euch nix und freut mich. Siehst du mir eigentlich gerade zu? Ja. Du schießt gerade mit deinem Maschinengewehr. Ja. Aber ich glaube, man kann es mehr als nur zu zweit spielen, weil... Ja, bis zu viert. Ja. Habe ich doch gesagt gehabt, oder ne? Ne, du, ich sagte bis zu viert und du sagtest, ne, geht nur bis zu zweit. Ne, ich hab gesagt bis zu viert. Achso, dann war es wohl mein Fehler. Du bist echt cool. Im Versteck werde ich dann hoffentlich wieder gespawnt. Herzlich willkommen. Solltest du. Willkommen. Ah ja, weil Left von den auch so und... Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Urlaubsparadies und die Stimmung, die ist mies. Und da bist du wieder. Nice. Äh, wollen wir den Part hier schon mal beenden? Wir sind schon bei 15 Minuten. Das ist alles deine Entscheidung. Du darfst... Können wir dich auch auf 30 wieder ziehen. Ja, könnten wir, aber dann dauert das Hochladen länger und dann, äh, habe ich weniger Folgen. Und die Community würde sich wahrscheinlich freuen. Äh. Ne, mir geht's nur darum, ich würde ja gerne auf 30 oder was weiß ich machen, aber ich errichte mich gerade tatsächlich nach dem Safe Room, weil wenn dann, äh, bei 30 Minuten keine stille Minute kommt oder bei 20, dann, ähm, kann ich nicht eben mal beenden. Könntest du aber auch. Du bist da einfach in mehreren Parts aufteilen. Das könnte ich auch, stimmt. Ein ganz langes Video einfach in mehreren Parts. Stimmt, habe ich aber noch nie gemacht, damit fange ich nicht an. Und ich, äh, beende die dann immer so. Also, deswegen halte ich mich nie. Ich sage nicht, jedes Video geht 20 Minuten, jedes Video geht 30 Minuten. Das sage ich nicht. Ich mache das eigentlich immer nach Gefühl, wenn gerade ein passender Moment ist und ein Video geht dann mal nur 15 Minuten, dann geht ein anderes Video vielleicht mal 35 Minuten. Also, ich, äh, mache das so nach, äh, wie passend ist gerade der Moment. Und der Moment, äh, schreit förmlich nach einer Aufnahmepause. Außerdem könnt ihr mal wieder eine rauchen. Alter, du bist ja nur auf mich. Ey, Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Das ist jede 15 Minuten. Ey. Ärger mich nicht. Ich werde mal ein berühmter Star werden. Naja, dann geht noch mal ein, was auch nicht. Ja, aber obwohl, ähm, wir können ja noch mal kurz ein bisschen gucken. Ja, so aufs Fenster gucken kurz. Eigentlich, also, wären wir hier nicht in einer Zombie-Apokalypse und würde nicht alles brennen, wäre doch das ein schönes Haus, oder? Ja. Also. Schön viele Waffen. Genau, das wäre das Wichtigste. Viele Munition. Ich überlege gerade. Ein schöner Panzer vor der Haustür. Ja. Und ein Traktor. Also, das könnte mir gefallen. Hier, was liegt denn da für eine Pistole? Ach, das ist nur die Colt. Habe ich denn alles voll jetzt? Ja, ich habe alles voll. Ja, gut, dann sage ich, wir beenden hier mal den Part. Äh. Und, ja, äh. Möchtest du noch was sagen, Darkplace? Dark. Äh. De-abonnieren alle Sackern. Sagtest du gerade abonnieren? Ich sagte. Ja, nee, mit einem kleinen D davor. Mit einem kleinen D-E davor. Nein, du Blödmann. Doch. Doch. Ähm. Wann fängst du eigentlich mal an mit YouTube? Wann machst du mal deinen Kanal? Ja, ich, äh. Keine Ahnung, wann genau. Wird das generell irgendwann passieren? Ja, Aaron meinte mal, ja, wir machen mal gemeinsam einen. Ja, wir machen gemeinsam. Ja. Was jetzt wird daraus nichts? Aber du weißt doch, dass Aaron viel labert. Äh, nix gegen dich, Aaron. Ähm. Naja, aber ich meine, auch wenn wir einen gemeinsam machen, dann könntest du ja auch einen eigenen haben. Ähm, ich würde meinen Kanal ja nicht aufgeben, nur weil Aaron mit uns einen gemeinsamen haben möchte. Ja. Ich hab sogar schon einen Zweitkanal. Ach, du hast einen Zweitkanal? Ja, so, äh, am Rand, dann mach ich noch ein bisschen Werbung. Ach so, war das dieser Stufi-Network da? Ja, das war, äh, das, ich weiß nicht, ich kann den auch noch anders nennen, das ist so mein... Stufi-Ad-Network. Ja, äh, ja, irgendwie so hieß der, äh, da ist auch schon ein Video hochgeladen. Äh, ich, aber ich muss ja eigentlich keine Werbung machen, das ist ja alles verlinkt, also, falls euch das Video gefallen hat, dann zeigt das gerne mal euren Freunden, oder, euren Eltern. Und, äh, am besten... Äh, am besten... Äh, am, 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 am besten... Gebt ihr eurer Mutter einfach mal meine Nummer, dann melde ich mich bei ihr. Äh, nee, dann soll sie sich bei mich melden. Äh, bei mir melden. Nein, ähm... Am besten zeigt ihr das nur euren Eltern, wenn ihr 18 seid. Wenn ihr 14 seid, würde ich's nicht euren Eltern zeigen. Die reißen euch die Eier raus und stopfen die in euren Mund. Ja, wir haben's verstanden, Sager. Wir gehen jetzt schon 15 Jahre herum und sagen Tschüss. Ja, stimmt. Entschuldigung. Tschüss. Tschö mit Ö. Ciao. Tschö. Tschüss.